Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dampftutorial. Diesmal geht es um die Joy-Tech All-in-One, und zwar EWIC. EWIC dürfte vielen bekannt sein. Das sind die etwas höherwertigeren Geräte von Joy-Tech. Joy-Tech hat hier ein All-in-One Gerät. Das heißt, wir haben einen eingebauten Tank, wir haben ein eingebautes Mundstück, das wir natürlich alles wechseln können und einen Wechselakku. Aber wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze läuft und schmeckt und so weiter, das schauen wir uns im heutigen Tutorial an. In so einer Verpackung wird dann die EWIC All-in-One geliefert. Man sieht es auch hier schon. New Firmware. Das heißt, dieses Gerät ist auch aktualisierbar mit einem anderen Software-Stand. Auf der Rückseite wird dann ein bisschen Marketing-Text gegeben und der Lieferumfang. In dem Fall habe ich das schwarze Modell, aber das hat noch ein paar Besonderheiten. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Schauen wir uns erstmal den Lieferumfang an. Da hätten wir natürlich als erstes eine Multi-Sprachen-Bedienungsanleitung. Komischerweise hier in dem Fall ist Deutsch nicht dabei. Also Englisch, Französisch, Russisch und ich glaube Italienisch ist da mit drin. Also ihr solltet Englisch können, falls ihr die Bedienungsanleitung benötigt. Dann ein USB-Kabel. Entweder zum Aufladen oder für die Firmware-Upgrades. Standard-Micro-USB-Kabel. Dann diverse Garantiezettel und Info-Hinweise. Ebenfalls dabei. Dann etwas Watte. Und zwar für einen der besonderen Köpfe. Nämlich den Cubis QCS. Das ist für den Notch-Coil. Das ist dieser hier. Da könnt ihr die Watte dann selber wechseln. Also wenn ihr den Notch-Coil verwendet, gibt es die Watte noch zum Wechseln gleich mit dabei. Und dann haben wir noch ein paar Verdampfer-Köpfe. Alles Edelstahl bzw. entweder für Direkt-Lunge oder Mouth-to-Lung mit 1,05 Ohm. Das ist dann so eine Clapton-Coil. Die mit dabei ist. Und für die Backendampfer gibt es auch wieder ein anderes Mundstück. Das eine Verengung hat. Also eine Verjüngung. Die das Ganze einem strengeren Zug dann macht. Also wenn ihr dann den 1,5 Ohm Kopf nehmt und dieses Mundstück anstelle dem, das standardmäßig drauf ist, dann haben Backendampfer ihr volles Erlebnis, wie sie es brauchen. Dann haben wir noch einen 510er Adapter. Und was man mit dem macht, zeige ich euch gleich. Und dann logischerweise das Gerät selber. Ich sagte ja, ich habe die schwarze Variante. Das heißt, wir haben einen schwarzen Body und auch die Seitenteile sind in schwarz. Das heißt, es ist komplett schwarz. Aber mit im Lieferumfang sind nochmal jeweils zwei dieser Aufkleber. Also mit 3M Folie. Das Ganze ist auch relativ dick und hat so eine Art Leder-Look. Das heißt, ihr könnt die aufgebrachte Folie abnehmen und könnt sie zum Beispiel gegen die weiße oder die braune Variante tauschen. Wenn euch praktisch das komplett schwarze nicht gefällt, dann habt ihr die Möglichkeit, den Look nochmal zu beeinflussen. Und jetzt schauen wir uns mal das Hauptgerät logischerweise etwas näher an. Wir haben bei der Joy-Tec EVIC All-in-One Maße von 105 mm x 26 x 48 mm. Also ein durchaus kompaktes Gerät. Mit einem Wechselakku wird das Ganze betrieben. Also einem 18650er Akku. Der verbirgt sich hinter dem Akkudeckel, der mit einem riesigen Magneten gesichert ist. Und mit diesem Rand. Das sorgt dafür, dass da nichts klappert. Der Pol hier unten ist gefedert. Das heißt, ihr könnt den Akku sehr bequem reinlegen. Hier unten ist Minus, da oben ist Plus. Und wenn ihr den reinlegt, dann seht ihr auch hier, das ist der Tank. Und dann machen wir den Akkudeckel mal schnell hier drüber. Und da verrückt nichts, weil, wie gesagt, ist komplett eingefasst. Und auf der Seite haben wir dann nichts. Auf dieser Seite haben wir dann den USB-Anschluss. Hier haben wir dann das Display. Das kennen wir ja schon von Joyetech. Ist mit allem gut ausgestattet. Sprich, ihr habt hier dann den Anzeigemodus. Auf dieser Anzeige seht ihr dann je nach dem Modi, den ihr gewählt habt. Also in dem Fall ist es jetzt der Watt-Modus mit Power. Die Volt. Den eingeschraubten Coil. In dem Fall haben wir noch keinen Coil drin. Und die Ampere und den Akkustand. Wenn ihr zwischen den verschiedenen Modi wechseln wollt, dann drückt ihr einfach dreimal den Feuerknopf. 1, 2, 3. Bis das Ganze blinkt. Und nun könnt ihr mit den Tasten, die ihr hier unten findet, die Einstellung vornehmen. Das heißt, wir können hier entweder eine Einstellung vornehmen am eingewählten Modus. Oder eben 1, 2, 3. Wir hüpfen hier zwischen den Elementen hin und her und navigieren dann. Zum Beispiel jetzt ist der Bypass-Modus. Also sprich, der manuelle Modus. Hier können wir die Uhrzeit einstellen. Dann Temperatur, Ni. Tcr, also Temperaturkoeffizient. Und wieder der Power. Und das Besondere noch im Temperatur-Modus. Mit der linken Taste können wir dann zwischen den Elementen hier auch noch umherschalten. Sprich, wir können die Watt-Einstellung vornehmen. Oder die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten eben. Das Ganze funktioniert relativ einfach. Wie bei anderen Joy-Tech-Geräten, die eine LED-Beleuchtung eingebaut haben. Also sprich, hier im Tank ist wieder eine LED. Drückt ihr den Feuerknopf und die Hochtaste so lange, bis ihr in das LED-Farbmenü kommt. Und dann könnt ihr entweder eine LED-Farbe wählen oder das Ganze auch ausstellen. Das ist dann euch überlassen. Und wenn ihr sperren wollt, also sprich, dass hier keine Funktion ist, drückt ihr die beiden hier. So lange bis oben drin steht Key Lock. Und dann würde nichts ausgelöst werden. Also ihr habt eine Sperrung vorgenommen. Oder nochmal drücken, damit der Key Unlock passiert. Ja, so kommen wir zum Befüllen bzw. zum oberen Mundstück. Wir haben hier einen komplett abgeschlossenen Tank unten. Das heißt, die Airflow befindet sich hier oben. Wie ihr sehen könnt, die ist auf beiden Seiten. Die könnt ihr einfach regulieren. Und um Liquid nachzufüllen, dreht ihr das Ganze komplett auf. Und dann könnt ihr das Liquid hier oben einfach einfüllen. Und das funktioniert auch super easy. Also man kann sich da eigentlich nicht vertun. Und hier haben wir dann das obere Teil, wo wir dann unseren Ferticoil anschrauben. So. Wenn ihr jetzt aber einen schönen Verdampfer habt. Sprich, ihr wollt jetzt nicht diesen Ferticoil benutzen. Dann könnt ihr das mitgelieferte Teil hier verwenden. Das ist ein 510er Adapter. Sprich, für die Verdampfer, die ihr selber schon bei euch zu Hause habt. Oder euch noch kauft. Die könnt ihr hier aufbringen. Und damit das Ganze dann mit diesem System funktioniert, gibt es diesen Adapter. Das macht ihr dann praktisch hier rein. Schraubt ihr zusammen. Und jetzt seht ihr schon, der Kontakt hier unten wird dann mit dem Tankende gemacht. Wo dann auch der Feuerknopf dann das tatsächlich auslöst. Also dazu muss dieser Kontakt hier entstehen. Und der 510er Adapter ist eben dafür gedacht, dass ihr eure eigenen Verdampfer auch noch benutzen könnt. Wenn ihr jetzt nicht das System benutzen wollt in dem Moment. Oder ihr habt einfach einen genialen Verdampfer, den ihr immer wieder benutzen wollt. Dann könnt ihr das mit diesem Adapter machen. Und ihr könntet euch natürlich den immer mitnehmen. Und hier einen Tank voll machen. Den Adapter drin haben. Euren Tankverdampfer erst leer dampfen. Dann den abschrauben. Und den hier rein machen. Und mit dem System weiter dampfen. Also das ist euch dann überlassen. Also ihr habt auf alle Fälle mehr Spielmöglichkeiten durch dieses System mit dem Adapter. Und dem eingebauten System. Ist einfach eine schöne Auswahlmöglichkeit. Um den Keul anzubringen. Einfach diesen nehmen. Und wie gesagt. Hier ist ein Gewinde. Da ist ein Gewinde. Einfach aufschrauben. Damit es diese Einheit bildet. Jetzt haben wir praktisch Mundstück mit Verdampfer und Verlängerung verbunden. Und nun füllen wir hier Liquid rein. Und wie gesagt. Die Verbindung wird dann, wenn das eingeschraubt ist, auch hier gemacht. Und ihr könnt auch den Liquid Stand gut überprüfen. Durch das Sichtfenster. Also man hat hier keine großen Probleme. Und dann füllen wir jetzt einfach hier Liquid rein. Und das ist das Schöne. Ich kann da mit jeder Flasche ran. Weil die Öffnung so groß ist. Und ich habe den Vorteil. Nach unten kann nichts rauslaufen. Weil es ein geschlossenes System ist. Und dann schrauben wir das einfach ein. Und wenn ihr das erste Mal das Ganze befüllt. Dann lasst es bitte ein paar Minuten stehen. Damit sich schön das Liquid hier jetzt in die Watte saugen kann. Damit ihr keinen Dry Hit bekommt. Also sprich kugeligen Geschmack oder so. Einfach 5 Minuten maximal. Reicht vollkommen. Und vielleicht ein paar Mal trocken ziehen. Das heißt nicht den Feuerknopf drücken. Sondern einfach mal ansetzen. Ein paar Mal ziehen. Damit ihr ein bisschen Druck aufbaut. Und Liquid in den Keul gezogen wird. Und dann könnt ihr losdampfen. So. Das ist also die Joy-Tech All-in-One. Und die gefällt mir sehr sehr gut. Also die ist. Sie ist schön kompakt. Sie ist All-in-One. Ich bin ein Fan mittlerweile von diesen Systemen. Wo die Airflow oben ist. Und unten keine Möglichkeit zum Siffen. Tut einfach gut. Dass man das Gerät überall in die Jackentasche reinpacken kann. Und keine Angst haben muss. Dass unten eben die Liquid austritt. Oder durch die Airflow irgendwie was raus sabbert. Das Ganze funktioniert ziemlich gut. Und ich bin jetzt hier bei 37 Watt. Und wir machen einfach mal einen Dampftest. Schöner Geschmack. Schöner Dampf. Nicht zu heiß. Nicht zu kalt. Also ein schöner Medium. Dampf. Schmeckt einfach gut. Also bis zu 75 Watt kriegen wir aus einer Akkuzelle raus. Je nachdem. Aber ich brauche gar nicht so viel Watt. Also ich gehe jetzt mal sogar ein bisschen runter. Mal schauen. Und wenn ich natürlich mit einem 1,5 Obenkopf unterwegs bin. Dann brauche ich auch nicht so viel Watt. Und das kommt natürlich auch vielen zugute. Sprich Akkuleistung längerer Laufzeit. Ja. 30 Watt. Okay. Das soll es gewesen sein. Bis demnächst. Ciao.